Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Noch immer kein Video von mir, das heißt mein Studio ist immer noch nicht wieder einsatzbereit, aber das sollte sich innerhalb der nächsten Tage wirklich wieder gelöst haben. Finde es gar nicht so schlimm, also ich finde man kann sich noch ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Ihr dürft mir mal rein aus Interesse gerne sagen, wie eure Meinung dazu ist. Gibt es Leute, die zum Beispiel sagen, sie hätten gerne das Ganze immer ohne Video? Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, genauso die Leute, die sagen, ne, sie finden es mit Video deutlich besser. Auch ihr dürft und solltet mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich selber habe mir das Studio eingerichtet, eben um die Greenscreen-Technik zu ermöglichen, dass ihr mich seht, keinen großen Bildhintergrund, also wo ich sitze, sondern wirklich nur mich, was durch diese Greenscreen-Technik möglich ist. Und ich finde es selber auch doch nochmal einen Ticken persönlich oder besser, wenn man denjenigen hinter dem Mikrofon auch sieht. Und ja, das heißt, zeigt mich auch gerne. Also habe kein Problem damit, mich zu zeigen. Aber ja, habe ich eigentlich noch nie so in die Runde gefragt. Sagt mir gerne Bescheid, wie es da ausschaut, ob ihr das gut findet oder nicht. Aber würde mich wirklich interessieren. Ja, was steht denn an? Also wie ihr schon gesehen habt, ich habe hier, es geht in unserem Clan rund. Und zwar sehen wir hier Leafs und Kommende. Warum ist das so? Das möchte ich euch im heutigen Video näher zeigen. Auch euch natürlich indirekt einladen. Aber bevor es dazu kommt, werfen wir noch kurz ein Blickchen auf meine Base, wie es da momentan ausschaut. Es stagniert ein bisschen. Ich habe es in der Season, die sich langsam am Ende hinzuneigt, 21 Angriffe gewonnen und 15 Verteidigungen gewonnen. Truppentechnisch spenden 843 zu 868. Schaut also auch ganz solide aus. Zwei Bauarbeiter sind momentan untätig. Die anderen bauen hier noch sieben Tage, zwei Stunden am Magierturm. Genauso hier am zweiten noch einen Tag und 19 Stunden. Und warum mein Clan-War-Button rot ist. Ihr wisst das, die Queen jetzt noch exakt drei Tage. Dann ist die wieder einsatzbereit, sodass ich ab nächster Woche, außer ich habe bis dahin schon wieder Dunkles genug, am Clan-War teilnehmen kann. Apropos Clan-War, auch hier läuft momentan einer. Und ich möchte mit euch mal einen Blick drauf werfen. Das wird eine ganz knappe Geschichte noch. Läuft noch vier Stunden, acht Minuten. Gegen die fünfte Legion ist ein deutscher Clan, der ein Ü18-Clan ist. Also zumindest steht es in der Beschreibung. Und ihr seht, wir haben einen Angriff weniger und haben einen Stern weniger. Also das wird noch eine ganz hitzige Sache, wenn wir mal so beim Gegner kurz durchscrollen. Unten zwei Two-Stars, da könnten, denke ich, noch Three-Stars drin sein. Auf die acht, ein Three-Stars von Babbo, den wir uns gleich mal anschauen. Der war wirklich schön, der Angriff. Two-Stars hier auf sieben, sechs, fünf. Auf die vier dann ein One-Star, da könnte man auch noch einen Two-Star holen. Die zwei haben wir leider gar nicht hinbekommen. Und auf die einzelnen One-Star, wenn wir mal bei uns reinschauen, wer noch angreifen kann. Jörgi, der könnte sich zum Beispiel bei der zwei noch probieren auf dem Two-Star. Wir schauen auch mal direkt rein, wie die ausschaut. Klar, ist eine... Ja, also hier die erste Base ist richtig krank. Die muss ich euch mal zeigen. Das ist sick. Ich weiß jetzt nicht, ob sie 100% max ist. Wir schauen uns mal kurz das Spielerprofil von King Karl an. Ähm, ist der nicht sogar in den Top-Charts? Ich weiß es nicht. Ähm, schauen wir gleich mal. Also er hat alles gemaxst. Die Helden, wirklich alles. Klar, wort technisch mit 214 standen, ist es noch ein bisschen überschaubar. Aber wenn wir mal auf die Base schauen, ich glaube, ungelogen, und ich glaube, das gab es noch nie in einem Clan-Wort gegen uns, das ist eine Maxed-Out-Base. Wir haben alle Mauern auf 11, was man einfach nur mit krank, ähm, beschreiben kann. Und ja, hier durchgescrollt würde ich mal behaupten, wir gehen, ähm, ist das eine Maxed-Out-Base. Und da, ähm, wenn man denkt, gar nicht so schlecht, hat Moritz ein Monster geholt, ähm, was, ja, gegen so eine Base schon in Ordnung ist. Und das lasst uns doch mal anschauen. Ähm, nee, okay, er ist, also King Karl sagt mir was. Ihr könnt mir das ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Er ist jetzt momentan wahrscheinlich auch, warum farmt der, wenn überhaupt? Lasst mal schauen, wo er ist. Ganz unten, bei 800, spendet 6528 und hat 5200, 600 erhalten. Ich frage mich nur, wozu er noch farmt. Also, was er noch braucht. Ob doch irgendwie eine Kanone oder irgendwas noch nicht geupgradet ist. Aber jetzt hier auf die Schnelle mal drüber geschaut, Luftwege auf Stufe 6, ist das eine Maxed-Out-Base. Und das ist richtig sick. Und ihr seht hier, ähm, 660.000 Siegbonus würde es da momentan, ähm, für geben. Heftig. Und wisst ihr was, da schauen wir uns mal auf den One-Star von Moritz an. Ist da nur, in Anführungszeichen, ein One-Star. Aber das mit 21er Helden zu schaffen, ist, denke ich, auch ganz ordentlich. Ansonsten eine gemaxste Truppe. Ähm, Golem Wizard ist das Ganze hier. Ich bin gespannt, was er in der Klamour hat. Hier gibt es ein paar tote Gebäude bezüglich Luft. Deswegen hat er sich damit, ähm, Loon zum Anfang auch gleich ein bisschen ausgetobt. Und die ersten Verteilungseinheiten schon mal ausgeschaltet. Einfach dadurch, dass die X-Bows auf Boden gestellt sind. Und das hat insoweit auch schön funktioniert. Ich habe mir den Angriff, den wir jetzt gerade anschauen, ehrlich gesagt auch noch nicht selber angeschaut. Und er kommt hier, ähm, mit all seinen Golems auf eine Fläche. Also ist wirklich die klassische Golem Wizard-Taktik. Und ihr seht hier, Mauerbrecher wurden leider alle weggekatapultiert, sodass er da nicht, ähm, direkt durch die erste Mauer durchgekommen ist. Und hier geht natürlich jetzt gut Zeit drauf, gehen gut Magier drauf, gehen, äh, müssen die Golems viel einstecken. Der Jump hat dahingegen gut gesessen. Keine Verteilungseinheiten in der Nähe, sodass die Golems direkt in die Mitte ziehen. Klamour hat einen Blitz dabei. Kommen Minions und Hexe raus. Das sollte Moritz gewusst haben, ähm, da Jörgi den vorher schon angegriffen hatte. Der Blitz ging in Richtung Hexe. Ähm, hat sie aber nicht erwischt. Also der Blitz ging in die Hose und hätte der vielleicht geklappt, wären es dann auch eventuell zwei Sterne geworden. Hat es hier alle Spells inklusive Wut und Freeze verbraucht. Golems sind eigentlich noch ganz gut am Start. Also was man ja häufig kennt bei den Bases ist wirklich, hier holen sie jetzt die Helden gerade das Rathaus. Er kann sie aber leider nicht mehr zünden. Was man in diesen Bases häufig kennt, ähm, da ist, dass sie gemaxt sind, was die Verteilungseiten angeht. Aber mauertechnisch ist das hier halt wirklich eine Premiere, wäre, ähm, dass alle Mauern auf... Ich packe das immer noch nicht so richtig. Dass alle Mauern hier auf der maximalen Stufe sind. Und jetzt haben sich hier am Ende die Golems noch ein bisschen ausgetobt und haben dann noch ein paar Prozente gesammelt. Und ja, ich weiß es nicht, ob es geklappt hätte, dadurch, dass der Bobankin immer noch am Start war und die Queen zum Deffen. Vielleicht wäre da einfach ein Two-Star zu schwierig. Aber immerhin, sage ich mal, ein One-Star. Und ich hoffe wirklich, eh nix, dass auf die zwei noch gepunktet wird. Ähm, und hier unten, ja, jetzt lassen wir mal. Ich bin noch, hab abgebrochen. Also Jörgi kann auch angreifen, Smash kann auch angreifen, Phoenix, Dani und halt die ganzen unteren. Die ganzen unteren soll es nicht abwertend klingen, aber die können natürlich oben nicht so viel reißen. Die können hier probieren, die Zehner oder die Neun noch einen Hybrid-Angriff auf drei zu machen. Smash könnte die vier vielleicht auf den Two-Star probieren, mix die mit 49 Prozent. Knapp dran gescheitert. Aber wir schauen uns den einzigen bisherigen Three-Star von Babo mal an, ähm, der Rathaus-10er ist, hier auch ein Rathaus-10er angreift. Aber das geht dann doch eher ein bisschen gerusht. Er hat 10-Base, würde ich sagen. Hat sich hier für Golem, Wizard, Pekka entschieden. Auch eher 20er und 21er Helden am Start. Kommt es hier oben erstmal mit zwei Riesen, ähm, um die Glamburg zu locken, was bei dieser Base auch wirklich recht easy geht. Also sie, ja, die Verteilseinheiten sind in der Range von der Glamburg und mit zwei Riesen hat das hier geklappt. Ausnahmsweise mal keine Hexe dabei, sondern nur Magier, die es mit einem weiteren Riesen hier nach oben lockt. Und ich bin gespannt, ob der Riese zum Locken reicht oder ob er jetzt gleich noch irgendwas hinterher macht. Ja, mit ein paar Barbaren lockt er auch noch die letzten Magier aus den Mauern raus. Und jetzt schauen wir mal, wie er dann kommt. Ob er in der Glamburg vielleicht zwei Hexen am Start hat. Nein, er hat nur gelockt und kommt jetzt mit den Golems und kommt mit seinen Magiern hinterher, die noch nicht gemaxt sind. Also hat sich da erstmal auf Golem und Freeze fokussiert. Und Glamburg wurde relativ schnell ausgeschalten. Mit dem Chum bin ich gespannt, ob er direkt in die Mitte, über beide reinkommt oder nicht. Ich glaube, ja. Hier oben, Golem ist in dem Fall wirklich sehr, sehr weitflächig verteilt und die Magier hinterher. Pekka Max ist hier noch am Start. Zwei Magier hat er noch auf Reserve. Und er lässt jetzt wirklich erstmal schön die Außengewäude abgrasen. Kommt jetzt mit seinen Helden und wird da dann auch gleich den Jump setzen. Und die Pekka kommen auch und der Jump kommt und alles, wie soll es nicht anders sein. Zieht hier wirklich wunderbar in die Mitte rein. Also in dem Fall hat das Timing bezüglich Jump und Helden wunderbar gepasst. Hüpfen rein, der erste Freeze auf die Infernus. Da hinten haben wir noch einen zweiten, der sich austobt. Links noch ein paar Mini-Golems, rechts noch ein paar Mini-Golems. In der Mitte noch zwei nicht geteilte Golems. Die Pekka mit Wut einfach, ja, eine richtige Maschinerie, wie die da abräumen. Barbarenkönig hat er gezündet. Queen kann er noch zünden. Und die Max-Pekkas, denke ich, waren am Ende dann hier der ausschlaggebende Punkt. Hat gleich nochmal den zweiten Wut drüber gehauen. Wir haben hier noch einiges an Verteilungseinheiten am Start. Aber haben eben auch noch, ja, ein bisschen Golem und Pekka-Power am Start. Genauso die Helden. Barbarenkönig noch richtig gut im Geschäft. Queen noch richtig gut dabei. Hat noch drei Burgen und zwei Minions am Start. Und ja, die Max-Pekkas, die tanken dann schon auch ganz gut weg. Klar, wenn ein Tesla kommt, dann sehen auch die irgendwann alt aus. Aber ohne, wenn ihr so ein Kanönchen oder so ein Bogenturm schießt, stecken die doch auch ganz gut was ein. Und in Kombo dann gleich mit seinen Aufräumtruppen und eben noch den Helden, die hier oben noch ein bisschen länger kämpfen mussten, aber dann auch nach und nach alles ausgeschaltet haben, war es keine übliche Three-Star-Taktik. Aber eine Taktik, die am Ende eben zum Three-Star gereicht hat. Und das sogar mit nicht mal gemaksten Magiern. Hier konnte sich eine Minion wunderbar austoben. Und die letzten Sekunden können wir uns hier easy vorspulen. Da hat es die Queen gerettet mit dem King zusammen, die er noch zünden konnte. Und hat dann am Ende schön das Ganze leergeräumt. Und von der 5 auf die 8 ein Three-Star. Ich denke jetzt nicht, dass im Video noch irgendjemand live angreift, aber es gibt noch ein interessantes Thema anzusprechen bezüglich unserem Clan. Wir hatten gestern Abend eine Art Clansitzung und haben gesagt, okay, wir müssen reden. Wir müssen reden ein bisschen. Der Clan ist momentan ein bisschen inaktiv. Im Chat ist nicht so viel los. Hat natürlich damit auch zu tun, dass alle wieder Schule haben. Und, und, und. Aber wir haben gesagt, wir wollen wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und, ihr seht es in der Beschreibung, der Clan ist jetzt dauerhaft auf Einladung momentan. Wir wollen wieder die Mitglieder aufstocken, so 45 bis 50 Stück. Anforderungen. Sind ganz klar, stehen in der Info drin. Ich sag's euch hier auch gerne nochmal. Erstmal nur Rathaus Level 9. Alle Mauern sollten auf 8 sein. Die Truppen sollten gemaxt sein. Die Helden sollten mindestens Level 13 jeweils sein. Also King 13 und Queen 13. Ihr solltet treu und aktiv sein, als wir uns gerne unterstützen wollen und Bock auf Clan War haben. Ihr wisst, dass bei uns finden drei Clan Wars die Woche statt. Langsam aber sicher marschieren wir Richtung Clan War Level 5. Haben momentan 1.792 EP. Also über die Hälfte vom Level schon geknackt. 3.100 brauchen wir dann noch, um es zu knacken. Und haben auch schon ein paar neue hier mit am Start. Und ja, wenn es Videos online geht, ich denke, es wird immer noch ein bisschen Platz frei sein. Also ihr seid da wirklich herzlich eingeladen, beizutreten. Und man merkt auch schon, was wirklich Spaß macht. Sowohl abends, mittags, morgens. Es ist wieder deutlich mehr los im Chat. Wir waren zeitweise nur 30 Leute. Haben die inaktiven eiskalt aussortiert. Da waren Leute, die nach eineinhalb Wochen der Season keine 100 Truppen gespendet haben. Und vielleicht einen Angriff. Ich bin selber jetzt niemand, der mega häufig angreift. Aber ein bisschen Aktivität, auch wenn man einen Job hat oder so. Wenn man im Game Spaß hat und weiterkommen will, macht auf alle Fälle Sinn. Also wenn ihr Bock habt, Rathos Level 9 seid und gut beieinander. Wie gesagt, die genauen Voraussetzungen findet ihr hier nochmal in der Clan-Info. Die bitte durchlesen. Ansonsten bringt eine Anfrage ehrlich gesagt wenig. Ihr könnt es natürlich trotzdem machen, wenn ihr nur einen Gruß da lassen wollt oder so. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Ist auch ganz nett. Aber lest euch die gerne durch. Fragt gerne an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr dürft sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da lassen, wenn ihm so ist. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die 40.000 kommen langsam aber sicher. Und ich bin für heute Abend raus. Wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.